Herzlich Willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Hier ist Realtalk mit Kevin Westphal und Daniel Bröckmann. Hallo Test, Test. So, da sind wir wieder. Folge 2. Folge 2. Hallo und herzlich Willkommen beim Hier ist Realtalk. Folge 2. Also, wir haben die erste Folge überlebt. Wir und auch alle, die zugehört haben. Mit teils positiven und teils einfach nur positive Kommentare. Ich weiß, gab es viele negative Kommentare? Ich glaube nicht. Es gab Kommentare von wegen, ich hätte gerne den E-Sport-Alltag gekannt. Aber dann informiere ich halt. Wo denn? Wo kann man sich da informieren? Ja, in der nächsten Folge von mir aus. Heute? Nein, nicht heute. Heute sprechen wir natürlich über das Saisonaus. Ja, da kommen wir später noch zu. Da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, um das noch ein bisschen einwirken zu lassen. Das ist wie so eine Gurke, die lange im Glas... Nee, ist auch egal. Und ansonsten haben wir heute einen wundervollen Gast. Den können wir auch noch gleich begrüßen. An sich, jetzt mittlerweile, Leute, die jetzt irgendwie dabei hören, wir sind jetzt auch bei Apple Music am Start. Wahnsinn. Man würde ja denken, man ist sofort überall. Aber es war nicht so einfach. Wir mussten mit Apple kämpfen. Und zwar haben wir sehr viele Ausdrücke, die wir verwenden. Und damit hat Apple ein Problem. Also nicht ganz. Dann habe ich ein Problem mit Apple. So. Ja, aber jetzt sollten wir eigentlich überall am Start sein. Ich glaube... Hast du dir die erste Folge... Hast du dir auch nochmal angehört ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Und da ist mir aufgefallen... Ja. Mein Mikro. Dann mehr in mein Maul. Ja. Bitte streng nicht mal an. Aber ansonsten fand ich es toll. Also ansonsten muss ich sagen, ich fand uns sehr unterhaltsam. Ich habe die Folge noch zwei, drei Mal geschaut, weil ich uns so toll finde. Ja, ich habe es auch jeden Abend praktisch zum Einschlafen gehört. So ASMR-mäßig. Hallo. Okay, dann würde ich jetzt unseren Gast begrüßen. Es ist ein Mann von Welt. Eine E-Sport-Legende der deutschen Szene. Ja. Früh nach Amerika abgereist. Jetzt wieder zurück in Spandau. Tristan Schrage. Power of Evil. Willkommen. Grüße. Hallo. Wie geht's dir? Gut, gut. Gut, also so gut wie es gehen kann. Nach dem gesternigen Cast. Das ist so wahr, ja. Weil ich die Frage nicht nur, weil ich uns allen die Frage stellen wollte, bevor wir zu Tristan noch kommen. Wie habt ihr gestern den Abend verbracht noch? Also ganz kurz nur, wer auch immer jetzt gerade nicht weiß, wo wir da sind. Wir haben gestern gegen Unicorns of Love gespielt, haben 3-1 verloren und sind somit aus der Prime League ausgeschieden. Sind es leider nur Dritter geworden, haben leider nicht die Finals erreicht, sind nicht nach Hamburg gefahren, sind nicht über Los gezogen und sind auch nicht bei Miami Masters dabei. Dementsprechend... Die Season ist vorbei. Die Season ist vorbei. Ja. Und das ist scheiße. Genau. Und dann war gestern Abend natürlich ein bisschen... Die Stimmung war sehr, sehr rough. Ich bin auch nach dem Cast tatsächlich sofort abgehauen, weil ich als Spieler aus Spielersicht halt weiß, du willst ja nicht noch mit dem fucking Caster oder mit dem scheiß Koch oder sonst dem reden. Die Meisterspieler sind so. Du willst deine Ruhe haben, willst das für dich verarbeiten, gar keinen Kontakt und dann vielleicht eine halbe Stunde später, Stunde später, dann willst du vielleicht wieder den Kontakt suchen. Ich habe einfach gesagt, ihr Jungs, nehmt eure Zeit in euren Freiraum und bin dann relativ schnell auch ins Bett, weil wir heute wieder früh aufnehmen. Das ist richtig. Und habe mich dann in Embryostellung, das Kissen umschlingend, in den Schlaf geweint. Das war mein Abend. Ja. Nee, also ich würde zustimmen, die Spieler wollen da meistens ihre Ruhe haben oder halt dann wirklich in diesem inneren, kleineren Kreis halt besprechen, was lief schief, was kann man ändern, wann geht man es wieder an, was sind so die Pläne jetzt in den nächsten Tagen, weißt du, reißt man ab, hat man noch Content, wie ist der Plan, was steht jetzt als nächstes an. Deswegen bin ich dann auch erstmal aus dem Office, dann konnten die Spiele erstmal was futtern, quasi das Besprechen und war dann nochmal kurz in Bock, ein Bierchen begönnen und bin dann auch nach Hause gegangen und einfach pennen. Same for me. Also wir sind dann noch kurz dann als Team wirklich, weil mir wichtig war, in Bock gegangen und waren dann noch kurz, ein paar Fans waren noch da, aber ja, das war natürlich, war halt tote Hosen, ne, also was willst du sagen, so alle haben halt set live, auch die Fans haben halt, sind traurig und dementsprechend, ja, sitzt man dann da, ja, guckt sich an und sagt so, naja, gut, dann gehen wir jetzt wohl nach Hause, ne, das ist dann wohl so. Lass uns doch zum, lass uns doch einfach ganz kurz Christian vorstellen. Genau, dass du nicht weißt, wer ist überhaupt der junge Mann, der gut aussehende junge Mann, der da mit den beiden sitzt. Genau, das ist nicht überhaupt. Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Also, mein Name ist... Pass auf, irgendwie positive Dinge vorweg und danach kannst du ja einfach deine... Die negativen Sachen hinzufügen. Okay, alles klar. Gut, hau raus. Power of Evil. Kenne ich jetzt seit Season 3, glaube ich, ist mir das erste Mal geläufig geworden. Season 3 ist mittlerweile zehn Jahre her. Als junger, aufstehender Midlaner mit viel, viel Talent, hat sich dann relativ früh auch in die damalige EU-LCS gespielt mit Unicorns of Love damals. Wir haben viel im Team-Rank gegen sie gespielt. Tristan immer gut gewesen, immer krass performt, dann in die World Series gegangen. Wie gesagt, dann hat er da, ich weiß gar nicht, wie lange gespielt. Dann hat er gesagt, NA, da verdiene ich ja das Zehnfache. Das ist so verantwortlich. Ist dann rüber und hat da auch, ja, muss man sagen, einfach übertrieben lange gespielt. War immer bei, nicht immer bei den besten Teams, I would say, aber immer... High-Performer. Immer ein High-Performer, immer auch jemand, den die da gut bezahlt haben und immer... Das weißt du doch gar nicht. Kann er noch erzählen. Da kannst du ja gleich hinzuziehen. Also, was ich sagen will, ist, Tristan hat ewig lange auf dem allerhöchsten Niveau gespielt, ist also League of Legends technisch einer der besten Mitglieder Deutschlands. Vielleicht der Beste, muss man aber da mal fragen, aber... Was der dazu sagt. Was der dazu sagt. Aber ja, ist also eine absolute Bank in der Mitglieder. Genau, also seit neun Jahren spiele ich League of Legends auf dem allerhöchsten Niveau. Zehn Jahre wahrscheinlich so total professionell. Quasi so ein halbes Jahr, Jahr habe ich gebraucht, um in die erste Liga mich selbst zu qualifizieren. Also, früher konnte man sich sogar noch selbst qualifizieren. Das war ein riesiges Highlight, dass du quasi über Team-Ranked mit Freunden einfach queuen kannst und sagst, okay, ich spiele mich jetzt in die erste Bundesliga. Ja, war viel, 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 viel besser. Übrigens die erste Bundesliga, ich möchte das sagen. Was? Das war die EU-Welt-Sales. Ja, und dann genau, und dann war ich quasi vier Jahre in Europa, quasi in der LEC jetzt, in der ULCS und hatte dann nach meiner Worlds-Performance ein Top-Angebot bekommen aus Amerika. Bin dann auch nach Amerika gegangen. Das war auch schon immer so mein Ziel. War das TSM direkt? Nee, das war sogar Optik. Optik war mein erstes Team in der Nähe. Das war auch so mein, ich wollte schon immer in Amerika spielen als Spieler. Das war quasi so, jetzt heutzutage ist es nicht mehr so Prestige, weil quasi NA für so lange Zeit nicht gut performt hat auf den Worlds. Aber früher war das so, eigentlich so dieser Prestige-Moment quasi, du bist ein Top-Performer in Europa und wirst dann quasi fast eingekauft und eingeflogen nach Amerika. Das war quasi so der Trend und das war quasi so das, wenn du ein Top-Top-Spieler bist in Europa, wirst du nach NA reinkommen. War ja wie so ein kleiner Ritter, also nicht Ritterschlag, ist vielleicht echt falsch, aber halt irgendwo so ein Ausrufezeichen zu sagen, hey, du bist halt so krass, die hole dich extra übers Ufer rüber. Es ist eine Frage der Perspektive wie immer im Leben, ne? Also das Ding ist, dass du halt, wenn du Import bist in Amerika, musst du ja quasi mit der ganzen Welt quasi competen. Also wenn ich quasi in Amerika spiele, zähle ich von einem den zwei Import-Slots, dürfen nur zwei Imports in einem amerikanischen Team spielen. Das bedeutet, ich muss quasi besser sein als alle europäischen Midlaner, ich muss so besser sein als die meisten LCK-Midlaner und quasi dann werde ich quasi nur eingekauft, so zu der Art. Und das erste Jahr, als ich in Amerika gespielt habe, war das Gehalt natürlich viel, viel höher. Also da kam nämlich das Franchise-System. Das Franchise-System ist, dass die Teams nicht mehr absteigen können, das heißt, die Sponsoren hatten einfach viel weniger Gefahr, dass du ein Teamsponsor hast und dann drei Monate später steigt es ab. Die Gefahr war halt einfach gone. Dreck-System. Und das kam dann nächstes Jahr auch in die LEC. Und seitdem kann ich ehrlich sagen, dass die gehaltlichen Angebote in der LEC ähnlich waren mit der LCS, sogar auch manchmal höher von der LEC. Also das hatte seitdem, seitdem dann auch LEC Franchising bekommen hat, haben die Top-Top-Spiele aus beiden Regionen, würde ich sagen, ähnliches Gehalt bekommen. Also ich würde sagen, so die zwei, drei krassesten Spieler in Amerika, die haben dann immer so lächerliche Gehalte bekommen, so drei Millionen im Jahr. Aber so die anderen Top-Top-Spieler, würde ich sagen, waren auf einem gleichen Level. Also wenn du nicht so ein Perks bist oder so ein Swallow, die dann so drei Millionen in einem Jahr verdienen, war das Gehalt auf einem gleichen Level. Drei Millionen im Jahr, würde ich auch noch an der NL gehen. Das ist schon nicht schlecht. Da würde es auch ich schwach werden, so ist es nicht. Wir würden mal spielen eine Runde. Wir müssen nicht, wo du gerade mich daran erinnerst, das Franchise-System müssen wir ja auch nochmal besprechen. Das können wir auch gerne drüber. Aber nicht jetzt. Dann machen wir eine andere, dann brauche ich eine ganze Folge, dann brauche ich eine Stunde. Ihr könnt schon mal in den YouTube-Kommentaren schon mal Fragen stellen zum Franchise-System, zum Leagensystem der ERLs, weil da gab es ja auch Leaks und nächstes Jahr, wer weiß. Lass uns da nächstes Mal drüber reden. Ja, sehr gerne. Genau. Also ansonsten kann ich nur noch sagen, halt genau, wie gesagt, vier Jahre EU, fünf Jahre NA und ich glaube, fünfmal im Finale, dreimal oder viermal Spiel im dritten Platz und zweimal Worlds war ich. Also overall würde ich sagen... Also sehr erfolgreich. Ja, ich würde sagen, sehr erfolgreich. Auch meistens mit Teams, die nicht als Top-Teams angesehen wurden. Also meistens würde ich sagen, in meiner Karriere war ich in so Middle-Pack-Teams nennt man die oder Bottom-Teams und mit denen habe ich dann quasi oftmals diese Erfolgsgeschichte gehabt, quasi von einem Bottom-Team zum Finale zu kommen oder zur Worlds zu gehen. Ja, die meisten Teams, wie gesagt, wurden meistens nicht so gut angesehen. Also Missfits war auch eins der Teams, wo die meisten Analysts am Anfang des Jahres gesagt haben, hier, das ist ein Bottom-Team und dann hatten wir quasi diese Erfolgsgeschichte. Auch mit FlyQuest hatte ich da quasi Finale, Finale und wir sind dann zur Worlds gefahren. Aber da meinten die Analysts, die schaffen nicht mal Playoffs. Also das war so ein bisschen der Trend. Meistens hatte ich quasi diese Underdog-Story. Meinst du lange an dir? Ich würde sagen, dass... Ich würde sagen, dass das schon ein Trend ist. Nee, ich meine, dass die sagen, die haben Power of Evil, die kommen nicht Playoffs, oder? Also es kam so drauf an. Ich würde sagen, die Community hatte immer sehr, sehr geteilte Meinungen, je nachdem, wie das Jahr verlief. Also zum Beispiel nach Missfits war ich super hyped und quasi in aller Munde. Und dann zum Beispiel in dem Jahr, wo ich in Optik war, wo es dann nicht so gut lief. Dann, als ich quasi nach CLG gegangen war, war das eher so, ich glaube, die schaffen nicht mehr Playoffs. Haben es dann aber quasi zum dritten Platz geschafft. Deswegen, das war immer so ein bisschen... Ich habe so das Gefühl, dass diese Meinung ändert sich sehr, sehr schnell. Also wirklich so von Jahr zu Jahr ging das so von Top zu Bottom zu Top. Und das war immer so wirklich sehr, sehr wechselhaft. Verstehe. Wie bist du jetzt auf Spannung gekommen? Ja, also ich hatte mich jetzt dieses Jahr entschieden, ein Jahr auszusetzen. Die Angebote waren ehrlich gesagt nicht so gut. Sowohl preislich wie auch... Ich hatte wirklich als Spieler nicht nochmal Lust, jetzt wieder in einem Bottom-Bottom-Team zu starten. Einfach weil mein Ziel ist es als Profispieler jetzt nochmal zur Wölz zu fahren, wenn ich nochmal Profispieler sein möchte. Oder quasi in einem Top-Top-Team zu spielen. Mindestens Middle-Pack. Und ja, also das war so quasi das Ziel. Und ich hatte halt keine Lust wieder dieses... Das habe ich jetzt so viele Jahre gehabt, wo du quasi... Du baust quasi ein Team auf von unten. Musst vielleicht den Spielern sehr, sehr viel beibringen, weil vielleicht Erfahrung fehlt oder Wissen. Und das ist halt auch immer ein Risiko. Es kann halt klappen und es kann halt nicht klappen. Und ich hatte auch Jahre, muss man ehrlich sagen, wo es halt nicht geklappt hat, wo es dann quasi... Kevin, das ist ein Struggle. Das macht er und ja. Geht zu dem Vertrag doch mal. Ja, ich habe hier alles da liegen. Voll. Er wird nur Herrschmacher am Tisch so zack. Ja, okay. Und dann bist du und dann weiter. Du hast es gesagt, die Angebote waren jetzt nicht so geil. Genau. Und dann habe ich mich entschieden, okay, will ich jetzt... Nehme ich jetzt erstmal eine Pause, wie mehrere Spiele auch quasi. Also ich habe jetzt ja neun Jahre durchgespielt. Also wirklich durchgespielt. Nur gezockt. Nur gezockt. Und das Ding ist auch so, was viele nicht verstehen, dass wenn du Profispieler bist, desto erfolgreicher du bist, desto weniger Zeit hast du. Und desto unerfolgreicher du bist, desto mehr Zeit hast du. Und so Jahre, wie wenn ich zu Worlds fahre, da arbeite ich dann meistens von literally Januar bis Oktober, November durch. Und bin dann erst zu Hause. Und in der Zeit verpasse ich quasi alle Geburtstage, alle Freunde, mit denen man sich treffen kann, etc. Zum Beispiel dieses Jahr war das erste Mal seit gefühlt fünf Jahren, sechs Jahren, wo ich dann auf einem Geburtstag von meinem Bruder war. Also das ist schon mal schön. Jetzt war mal schön, dass man dann auch mal eine Auszeit hatte und auch einfach quasi ja mal so eine andere Perspektive bekommt, weil Streaming und YouTube war für mich immer mein Zweitberuf. Also das war quasi, habe ich immer nebenbei gemacht zum quasi Pro Player. und jetzt habe ich das quasi als Full-Time genommen und mir quasi angeschaut oder schaust mir gerade an, wie das als Full-Time ist. Und wie bist du jetzt zu Spannender gekommen eigentlich? Ja, also jetzt über Instinkt, über quasi Max. Max hatte mich gefragt, hier, hast du Bock? Kennst du den drei Streamer, Content Creator? Hab gesagt, ey, wollte ich sowieso machen. Saugeil. Bin dabei. Gut. Kurz den Knacken. Den kennst du Max schon? Max. Max kenne ich auch schon ewig. Also auch, wie gesagt, auch so seit 19 Jahren. Ich glaube, das erste Video, was wir gemacht haben, war das Marshmallow-Video, wo wir uns Marshmallows reingepiped haben. Und das war auch eine Zeit. Und wir haben gesagt, zählen pappig. Und das Krasse ist, Max sieht einfach so jung aus. Sieht so anders aus. Das ist so krass. Und ja, da war auch noch Maxims Kanal irgendwie anders gecallt. Ich glaube, Let's Read Small Books. Ach so, ja. Stimmt. Also das war auch besser werden im Ranked. Oder irgendwie sowas, ja. der Ursprungskanal von Maxims. Let's Read Small Books. Ja, ich glaube, das war das allererst. Stimmt, ja. Und ich weiß gar nicht. Da war Max schon, da war Max, glaube ich, auch noch ein Full-Time League-Content-Creator. Bevor diesen Schritt zur Variety genommen hat. Ja. Wir haben hier eine kleine Frage. Je nachdem, kannst du gucken, ob du das beantworten willst oder nicht. die Frage steht im Raum. Du hast schon so viel gespielt, hast schon so viel gesehen. Wer sind für dich die besten deutschen Spieler pro Position? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, Top-Lane würde ich sagen, Broken Blade. Einfach, weil er am erfolgreichsten war, quasi international. Also hat, ich weiß nicht, wie oft er jetzt die LEC gewonnen hat. Ich glaube, er hat LCS gewonnen. Das heißt, Top-Top-Spieler einfach in der Welt. Hast du mit ihm gespielt? Ich habe persönlich nie mit ihm gespielt, nur gegen ihn gespielt oft. Aber hast du ihn kennengelernt mal? Ja, ja. Also wir kennen uns gut, wir haben in der Nähe auch ein bisschen geredet, also haben quasi gequatscht, hanged out sozusagen. Also 16 Mal habe ich mit ihm in einem Team gespielt und da habe ich schon gewusst, der wird krass. Also welchem Team war das? Wie heißt der nochmal? Mit dem Affengesicht. Mysterious Monkeys. Mysterious Monkeys, ja. Mysterious Monkeys. Da habe ich mit Abbe und Brokemanid gespielt. Aber da wusste man früher schon, so die beiden waren einfach wirklich krass. Die beiden waren safe krass. Bei Brokemanid wusste ich aber safe, dass er den Charakter auch dazu hat, weil er einfach extrem fleißig ist, gut für den Team-Environment, einfach damals schon übel, übel talentiert. Ich wusste safe, dass der ganz oben angreift. Bei Abbe Dacke, der war damals noch, also 16 Jahre alt, der war damals noch ein bisschen anders drauf, wahrscheinlich auch menschlich. Er hat zurückhaltend, ne? Ich glaube, er hat letztens extrem schüchtern, ja. Er hat letztens im Interview erzählt, dass er eigentlich, dass Abbe Dacke immer sehr, also er selber war halt zurückhaltend, schüchtern und so und natürlich brauchst du auch Stimmen im Team und klar, du kannst halt irgendwie 1v9-Performance machen und ruhig sein so ungefähr, aber ich glaube, heutzutage musst du halt irgendwo reden können und musst auch mal Calls geben können oder musst motivationsmäßig vielleicht mal unterstützen und da hat er jetzt gesagt, dass er jetzt, wo er so einen guten Run hat in der LEC, dass er da halt viel an sich geändert hat oder halt auch in AFV an sich gearbeitet hat. Ja, aber ne, also Brokemanid war damals schon auch charakterlich einfach, würde ich, also bester Spieler für mich, bester Top-Lainer. Ja. Dann Jungle, würde ich sagen, das ist so die schwierigste Rolle für mich, um da quasi jemand festzustellen, einfach quasi international, würde man wahrscheinlich sagen, Amazing oder Gilius, außer ihr habt da irgendwie noch einen anderen Namen. Ich bin ehrlich, ne. ne, also, ach, schwer. Also, wirklich schwer, ich weiß nicht genau. Ich finde, die haben halt auf dem höchsten Hüro gespielt, die haben halt LEC gespielt oder ULCs, whatever. Und auch Worlds, ja. Und Worlds. Und allein deswegen sind die wahrscheinlich die Besten. Ja. andere Namen, die mir trotzdem noch einfallen würden, so unter deutschen Junglern, die einfach sehr konsistent, sehr lange dabei sind, so Lurocs zum Beispiel. Agurin ist, in my book, ist Agurin der beste Jungler. Auch von denen, die ich gerade genannt habe, ist Agurin für mich die klare Nummer eins. Aber ich bin natürlich Agurin-Fan. Wen gibt's noch? Es gab viele verschiedene Jungler, Jungler, Ich hab mir jetzt auch nicht viel im Kopf. Donards hat zum Beispiel EU-Masters gewonnen. Ja, ja, darf man, ja, ja, okay. Also, man kann halt viele Namen in diesen Pool werfen. Es gibt keinen, aus meiner Sicht, gibt es keinen deutschen Jungler, also für mich schon, für mich persönlich, aber es gibt keinen Jungler, der jetzt für alle, wo alle sich einigen könnten, das ist jetzt der beste deutsche Jungler. Ja, finde ich. Ja, also, ich glaube, spieltechnisch so, wäre halt amazing, und die, wo man sagen würde, okay, das sind wahrscheinlich die Top-Jungler, so, aber aus dem persönlichen Bereich, jetzt für mich, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, halt ein Lurox oder ein Agorin, also Agorin einfach, weil, ich meine, auch was er in der Solucure hat, macht insane, und wie er spielt, also, dass er einfach spielt anders, spielt als alle andere, und andere Teams, forced anders zu denken, und anders zu sein, weil er so krass anders spielt, ist halt geil, so, es hat einfach, so ein Spieler willst du doch eigentlich haben, wenn er dann halt in einem Team-Environment funktioniert, ja, aber einfach bei Amazing, und bei GDW ist einfach aus, ich sag mal, nicht spielerischen Gründen, würde ich jetzt nicht so, also, ja, hier ist ja auch real, hier ist real, also, Gilius hat ja vorhin mal für mich gespielt, bei WSG, aber nicht lange, ich saß jetzt einfach hier so, wir haben ein Turnier gehabt, und, da hieß es so, ja, wir spielen heute Abend Turnier, und da meinte Gilius dann so, ja, nee, heute Abend läuft, meine Lieblingsserie, komm nicht, nein, nein, so, ja, ich erinnere mich so daran, ich hab gegen ESG gespielt, und ihr hattet so ein super Team aufgestellt quasi, war einer der ersten Splits, mit so richtig krassen Leuten, mit Gilius, aber auch nur so Chaoten, also so richtig, vom Namen her krasser Spieler, aber auch ganz schön viele, ja, darf ich jetzt noch, mach doch, was du willst, ganz schön viele und, und, die sind einfach nicht angetreten dann, war lustig, also wir haben auch immer, der Splits auch gar nicht zu Ende gegangen, wir haben, also das war, also wir sind, das war, das war 2016, dann haben wir, sind wir Vizemeister geworden, Meister geworden, und dann dachte ich im letzten Jahr so, jetzt ballern wir komplett rein, hol da die krassen Spieler, und dann war einfach ein Splits, wo wir nicht mehr angetreten sind, und wir mussten uns im Frühjahr erst mal wieder für die Pro-Liga sozusagen anmelden, so ein Gefühl, also das war wirklich, und dementsprechend, ist natürlich übel lange her, ist erst sicherlich nicht mehr der Typ, aber der bleibt natürlich halt so im Gedächtnis halt für einen, und, bei dem Amazing, gut, können wir, nee, also ich würde euch, ich würde euch ja auch zustimmen, mit Luhux, Algorithmen und Donnards, das halt so auch die deutschen Namen sind, kann ich halt nicht so gut einschätzen, weil ich halt auch ehrlich gesagt nicht so viel Prime League selber gespielt habe, aber ganz ehrlich keiner von uns, kann einfach, also wir müssen uns ja gar nicht einigen, genau, das ist ja eine Meinung, es ist halt nicht so, dass wir faktisch sagen müssten, das ist richtig, richtig, ja, genau, Midlane, der beste deutsche Midlane, also ich würde sagen, der erste Race war sogar zwischen mir und Exile, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Exile Midlane, auch deutscher Midlane, den ich, also da, habt ihr zusammen bei Unicons gespielt? Nee, er war nach mir da, er war nach mir da, und dann hatten wir auch, wo ist er denn der, in die ULCS gespielt, aufgehört, aufgehört, also ich würde sagen, am Anfang war das das Race, so zwischen den beiden Midlanern, also zwischen den beiden deutschen Midlanern, ja, und nachdem Exile jetzt aufgehört hat, hatte ich, würde ich sagen, lange diesen Status, und jetzt ist quasi wahrscheinlich das zwischen mir und Abedagge so ein bisschen, und ich bin, bin ich sicher, also ich glaube, ich habe länger gespielt als Abedagge, und, deswegen auch, weil ich mehrere Jahre hatte, und mehr Splits, wahrscheinlich überall, würde man sagen, auf quasi lange Sicht, wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher bis jetzt, ja, aber er hatte zum Beispiel jetzt einen super guten Splits bei Exile, und, Gibt es überhaupt noch einen, der da zugehört? Nee. Außer jetzt uns drei würde ich quasi, weiß ich gar nicht, ob es noch einen deutschen Midlaner gibt, der so quasi auf dem, internationalen Level gespielt hat. Naja, also jetzt halt, ja, als Nü kann man halt Dario, aber, genau, Dario hat gespielt, LEC jetzt, ein Jahr, aber es ist halt, also der ist halt, es ist halt so wenig quasi, jetzt Zeit, das ist nicht, also ich finde es halt, ein Jahr zu, irgendwie jetzt neun Jahren zu vergleichen, ist halt, naja, genau, für eine Legacy zum Beispiel, die Sache ist ja bei Dario auch, der hat halt irgendwie da, bei Fanate ja reingesuppt, dann gewinnt ja da fast EU Masters, so, und dann kommt ja halt ein LEC Team, und dann wird aber wieder gebanished, das hat so, es ist halt eine Momentaufnahme, und du musst halt über zwei, drei Jahre sehen, ob jemand hat wirklich sehr Gutes, du kannst auch mal einfach die Meta-League, du kannst deine OTP-Champions irgendwie spielen, keine Ahnung, was so, oder, also es gehört halt mehr dazu. für mich ist es auch immer quasi, denn, gute, einfach, weißt du so, wenn ich jetzt überlege, weißt du, die besten deutschen Spiele auf der Position, denke ich halt auch immer auch, auf lange Sicht, also, deswegen habe ich auch direkt gesagt, Broken Blade, weil das für so lange, so viele Jahre erfolgreich war, und deswegen war es für mich, bei Jungle so schwierig, weil, da hat man, hat man mal den, mal den Jungle, und das wechselt die ganze Zeit durch, und keiner ist wirklich konsistent, und deswegen habe ich quasi gesagt, ich fand, für Midlane war es am Anfang, wie gesagt, ich und Exile, oder Exile und ich, und danach würde ich sagen, ist es jetzt so ab, und wer ist es jetzt? Ey, Real Talk, momentan würde ich sagen, auf jeden Fall noch ich. Sehr gut, dann würde er auch, Tristan sagen. Berkey? Ich natürlich auch. Aber, musst du ja nicht, du kannst ja auch sagen, der Typ faktisch. Ja, nein, also, ich, over all time, du warst halt in A, ich würde Abbedacke nehmen. Ja, Abbedacke doch auch, Abbedacke auch in A, ich habe gegen ihn gespielt, in der Türke, über zwei Deutsche, aber ich kann die jeder noch gebanalt haben. Okay, ja, ADC ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ne, lass mich ruhig festlegen. Okay. Ich bin noch, ich dachte, das wäre schon fertig. Das ist auch nicht entschieden. Ich glaube, also ich, sag du, ich sage jetzt, ich sage jetzt Power of Evil, aber nächstes Jahr haben wir den Talk nochmal. Nächstes Jahr haben wir den Talk nochmal. Dann kann ich mich mal erinnern, weil es ist so, ich finde auch, dass es übelst close ist. Ich würde auch nicht sagen, ey, ich bin da irgendwie viel, viel besser, aber ich würde einfach sagen, ich habe mehrere Jahre gespielt und ich würde sagen, also ich weiß gar nicht, wie lange spielt er da schon, vielleicht zu viel? Vier Jahre? Ja, der hat auch schon sehr lange halt wirklich deutsche Liga gespielt. Genau, er hat viel deutsche Liga gespielt, auch viel quasi, hat er, glaube ich, auch türkische Liga gespielt, glaube ich. Auch mal. Deswegen würde ich halt sagen, halt auf diese Jahre, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall den Lead. Du hast ja auch Shit gewonnen ab und zu. Ja, ich habe auch Shit gewonnen. Ja? Ja. Was denn? Zum Beispiel Intel Extreme Masters. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Intel Extreme Masters, wir haben gegen Korean Teams gewonnen. True. Ja. Das war sessig. Intel Extreme Team, das hat mir Spaß gemacht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Du kannst hier nicht rausnehmen. Und Viertelfinale Worlds. Hat David Dagger das geschafft? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Nee. Aber wie gesagt, David Dagger ist ein super guter Mitleider und super knapp dran. Ich glaube, wenn der weiter so performt, wie jetzt in LDC performt, dann läuft der ganz schön lang. Dann ist mein Titel in großer Gefahr. In großer Gefahr. ADC, mach ADC. ADC ist schnell. Upset. Ja, ADC ist Upset. Oh, ähm. Beruhig dich natürlich. Entschuldigung, da habe ich kurz verleiten lassen. Upset. Wir haben nicht mal, es sind mal close. Also ich würde sagen, Upset international, einfach Erfolg ist der deutsche Partycarrier. Aber in der deutschen Liga. In der deutschen Liga. Aber in der deutschen Liga. Da gibt es nur eine Person. Also. Und das ist Kedui. Und das ist Kedui. Also. Ja. Das Messer stickt. Nein, also. Ich habe, also. Ihr kennt ja Brücki sehr gut. Und für mich persönlich. Ich sage immer so, für mich einer der besten Spieler in Deutschland ist Brücki. Oh. Und er spielt ja auch schon in Ewigkeiten. Und die Sache ist, natürlich hast du jetzt irgendwann halt nicht mehr auf dem höchsten Niveau Mechanically gespielt und so. Ja. Aber all das, was du halt daneben reinbringst in so einem Team. Und lass uns über 2018 ganz kurz, also welche Arbeit du ja reingesteckt hast, damit wir alles gewonnen haben. So, ne. Wo halt andere Leute irgendwie fünf Minuten vorm Game kamen und sagen, so, was spielen wir denn heute? Da hat halt Brückmann halt schon sehr viel reingesteckt und halt dann die Ideen gefunden und so. Ich glaube, um kurz reinzuwerfen, ich glaube, viele Viewer wissen oder viele Leute wissen gar nicht, dass quasi wie wichtig das ist für den Spieler. Quasi, ja, ein Spieler kann richtig gut sein Mechanically, richtig gut sein im Game, aber es kommt halt auch auf so viele andere Sachen drauf an. Weißt du, schränkt er sich an an den Scrims? Schränkt er sich an an den Reviews? Hat es sehr fokussiert? Und auch hilft seinen Teammates, sich zu verbessern? Ist der jemand, der quasi auch ein Leader sein kann, wenn man in 0-2 in der Best-of-Five ist und dann quasi sagt, hier Jungs, wir müssen jetzt Turnaround, wir können die easy klappen, was den Plan macht, der kreativ ist, wenn das Game alles in negativ drauf, dass man quasi da die Mood quasi steigert. Das sind so viele Sachen, die man als Spieler noch dazu bringen kann in den Team-Environment und quasi Mechanics und guter Skill ist eins der wenigen Punkten. Es gehört halt dazu, zum Gesamtbild, aber es kommt auch noch mehr dazu sozusagen. Dankeschön Jungs. Das rechne ich euch hoch an. Danke auch Kevin für die lieben Worte. Wir können also einfach sagen Upset. Genau, aber Upset ist natürlich trotzdem, wäre wahrscheinlich trotzdem eine richtige Antwort. Vielleicht noch als Menschen irgendwie so gucken, wo Bean hingeht, so ob der sich mal wieder schauen kann oder nicht, aber war halt ein Showing. Wenn wir gleich eine Maßstäbe anlegen, jetzt bei Tristan, dann nehmen wir safe Upset. Ja, ja, safe. Auch gar keine Diskussion. Mir fallen viele sehr gute ADCs ein. Kedui gerade aktuell zum Beispiel, extrem krass, auch schon lange dabei. Ein Seedrion früher noch, der war auch krass. Langer Konkurrent gewesen. Stimmt, ja. Wir haben viele gute ADCs. Upset und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, so die anderen Artenkästen, so Kedui, Seedrion, Proki und sogar noch einen Namen, den ihr gar nicht genannt habt. Candy Panther. Old School. Candy Panther war halt glaube ich bis Season 2. Was willst du damit sagen? Das ist ein alter Hase. Wie du. Ja, aber also ich glaube halt, dass man halt Season 2 halt ein anderes Skillset braucht als heutzutage. Also ich glaube, wenn du, also dementsprechend die Leistung, die du heutzutage erbringen musst, ist halt um ein vielfaches Höhe. Aber ich finde, wenn ich halt erzähle, dann ist es immer schon vom Krieg und quasi, wenn Candy Panther was erzählen würde, ist es im Urschleim. Also so. Aber die wird es auch ja erzählen. Aber ich finde es krass, dass der Skill quasi von Jahr zu Jahr wird härter. Also wenn ich Spiele mir anschaue von einem Jahr zuvor, was ich gespielt habe, denke ich mir so, oh mein Gott, was habe ich da gespielt? Ja. Auf jeden Fall. Dann zwei Jahre, denke ich mir so, oh mein Gott. Die ganze Playerbase, die ganze Playerbase. Weil der Skill so krass steigt jedes Jahr. Alright. Support. Support ist auch piss easy. Support. Wäre jetzt wahrscheinlich mein Name Kaiser. Wer sonst? Hat super krass performen in den letzten Jahren. Kam jetzt auch erst so als Newcomer seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren. Aber Dominik ist sehr. Er ist schon eigentlich länger dabei. Der hieß ja vorher anders. Wie hieß er vorher? Der hieß vorher Gistic. Gistic. Und hat dann auch schon bei Maus und so gespielt. Hat auch in der deutschen Szene angefangen und ist dann auch hoch. Alles kann ich gar nicht. Die Bakehouse. Ist jetzt übel gut. Der war von Anfang an schon direkt, ich glaube, den hat Dingens doch bei Mausports dann einfach reingeholt. Also war der eigentlich ein Newcomer, hat eigentlich noch kein Team gehabt. Dann direkt in einem Pro, also Mantik hat den doch. Mantik hat der jetzt schon für uns aber damals noch. Da haben wir nämlich zusammen gescoutet und dann war Gistic aufgetaucht auf der Liste. So und dann kam der rein ins Team bei Maus dann nachher. Hat dann noch super performt. Krass. Ja und dann hat er sie halt irgendwann zur LEC gegangen und ist halt umbenannt. Okay krass. Aber das wusste ich gar nicht. Und würde sie noch irgendwen anders nennen? Weil mir fehlt gerade gar keine Ahnung ein. Ist noch irgendein anderer Supporter, wo ich sagen würde? Abseits von Kani fällt mir wirklich gar kein deutscher Supporter an. Nein. Wenn wir Candy Pandas sagen, dann sagen wir wahrscheinlich auch N-Rated oder so. Also noch ein Name, der vielleicht noch läufig ist. Mountain war noch ein Typ. Mountain war damals cool. Der war ein cooler Typ sowieso schon und war auch im Promotion Tournament zumindest für die EU-LCS damals. Also der war auch ein guter. Der war auch ein paar, der war nicht so lang dabei. Mit Zio. Genau. War auch ein sehr gutes Support. Oh Mann, ich finde das Promotion Tournament so sehr. Es ist auch wirklich das bessere Format. Es ist zehnmal besser, wenn du sportlich dich hocharbeiten kannst in die erste Liga in die EU-LCS, dann bist du sehr viel krasser, als wenn dich irgend so ein reicher Fatzke sagt, yo, du hast den Solokio eine hohe Wertung, ich kauf dich jetzt ein. Ich finde das so schlimm. Ich finde das wirklich richtig terrible. Die besten Teams sollen oben stehen. Nicht die Teams mit dem meisten Geld. Meine Meinung. Meine Meinung. dass du mit Skill nach oben kommst und nicht über Pop an E-Off machen. Kevin, sag auch mal was. Ja. Sehe ich genauso. Ich bin dafür, dass der Gewinner des E.O. Masters zu den Worlds wird. Das wäre cool. Das wäre richtig. Das ist doch safe. Gut. Und die kann man auch in die Play-Ins packen. Ja, genau. Safe Play-Ins. Die kriegen jetzt keinen quasi Kuppenphasenspot. Die haben jetzt quasi Play-Ins und können sich da beweisen und können da fucking smurfen. Und wenn die dann einen geilen Run machen, ist es halt auch so viel Ruf nicht nur für die Orks sondern auch einfach für die ganzen Spieler. Es ist auch einfach ein Ziel. Du hast halt von den türkischen Teams doch weg. Warum denn? Ja, weil die türkischen Teams auch immer einen Slot kriegen da. Die haben ja jetzt erst drei Teams bekommen. Es wäre zum Beispiel schön, wenn wir als Liga drei Slots hätten. Da wären wir nämlich auch trotzdem noch bei mir umgebracht. Das ist aber gut. Ja. Musst du auch in Rye drehen. Oder besser performen. Das wäre eine Alternative auch gut, aber ist natürlich schwer. Genau. Gut. Dann apropos performen. Dann lass uns über gestern und über Donnerstag reden. Also den Elefanten im Raum. Ja, genau. Was mit mir? Ja, genau. Ja, also wir haben gegen SK leider im Upper Bracket 0-3 verloren und wir haben dann gesagt, okay, das lief ja nun gar nicht gut. Dann ein bisschen aufgerappelt und man hat mir so, kann ich ja mal so erzählt, also ein Off-Day gehabt, kurzer Reset, dann ein Training gehabt, wieder einen Tag uns vorbereitet und dann haben wir gesagt, so Unicorns ist unser Wunschgegner, so gegen Big. Aber so ging es mittlerweile, die ganze Derby-Thematik und so. Das ist auch im Kopf drin. Wollten wir gegen Unicorns spielen? Ja, dann sah es nicht so gut aus, ne? Nee, absolut nicht. Games waren sehr schwer anzuschauen, weil ja Unicorns auch über uns rübergefahren ist. Dritte Game hat nochmal Hoffnung gegeben. Da dachte ich wirklich, es geht nochmal los, aber Unicorns am Ende einfach viel, viel besser. Auf ein paar Individualpositionen, dann denke ich, Champul war ein Thema. Eigentlich alles, was Playoffs ausmacht, war ein Thema. Also ich würde auch sagen, dass einfach so diese Playoff-Thematik, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Trend, ich habe so das Gefühl, dass einfach so zu Playoffs einfach man abbaut und das nicht so wie so ein Marathon ist, wo man quasi immer besser wird, immer besser wird, immer besser wird, sondern dass man super schnell, super gut wird und dann irgendwann so in den letzten Wochen, so die letzte Woche meistens vor Playoffs, habe ich so das Gefühl, wird langsam abgebaut und dann in den Playoffs. But why? Ja, also ich, also ich kenne das aus meiner Karriere, dass dann du eventuell zu krass, zu hart trainierst und dass die Spieler dann eventuell ein bisschen Burnout sind. Kann ich natürlich nichts zu sagen, ob das quasi wirklich der Fall war und das wirklich besser von Spielersicht zu war, aber es gibt quasi diese Situation, du trainierst zu viel, zu hart, zu früh und dann am Ende spielst du weniger, als du eigentlich solltest, aber quasi in Playoffs, das ist der Moment, wo du eigentlich 200% geben musst. Da spielst du nochmal für ein Solo-Hygienes mehr. Wie du es gemacht hast, weil, also ich habe meine Teams immer so geführt oder immer so gemacht, wir haben nicht viel trainiert, aber wir haben am Anfang sehr viel gemacht, Kennenlernphase, Struktur aufbauen, Identität finden, haben dann quasi literally nichts mehr gemacht in der Anfangszeit und also in der Anfangszeit der Season und in der, also quasi in der mittleren Teil der Season nichts mehr gemacht und dann haben wir auf den Sachen, die man am Anfang ja schon aufgebaut hat und dann über die Official Games auch wahrscheinlich ein bisschen halten konnte, Richtung Playoffs und Richtung Finals halt dann wieder mehr gemacht so. Das war so, das war so der Verlauf immer, mit dem ich eigentlich auch über die Jahre hinweg sehr gut gefahren bin und ich glaube, es ist auch eine gesündere Art und Weise, weil ich hatte immer das Gefühl, dass so Playoff-Zeiten dann meine Teams gepiekt haben. Also ich würde sagen, ähnlich wie du ist es so bei uns gewesen, meistens mein Teams, halt ganz am Anfang ist ja diese Honeymoon-Phase, da hat jeder Bock zusammen zu spielen, man kommt ja gerade zusammen, alle lieben sich, alle feiern sich und dann quasi wird richtig gespammt. Dann, wie du gesagt hast, wird es ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Jetzt quasi nicht, dass man einfach nur chillt, sondern einfach es wird ein bisschen runtergeschraubt. Also quasi, man fokussiert sich wirklich auf spezifische Punkte, die man sich verbessern muss, ob das jetzt Dragons ist oder Barons. Man versucht wirklich quasi dieses Makro reinzuhämmern und quasi versuchen, dass jeder quasi sich quasi blind versteht. Dass man quasi im Spiel sagen kann, wir machen jetzt hier einen Dragon und jeder weiß, bevor man es überhaupt callen muss, hier wird geturnt oder hier wird quasi der Dragon gefinished. Und dann am Ende, quasi zum Ende des Splits, wird dann wieder das bisschen hochgeschraubt. Da gibt es dann meistens bei uns so Double-Blocks, da wird quasi noch mehr gesprimmt oder es wird quasi noch mehr gesolocued, sodass dann du alle Picks ready hast, weil quasi du willst bei den Playoffs nicht nur die Meter-Champs spielen können, du willst auch noch quasi Counter-Picks zu den Meter-Champs haben und du willst idealerweise auch noch so Pocket-Picks haben, so quasi so Cheese-Picks, wo du quasi sagst, hier, der Gegner ist einfach besser mechanically, das kann halt wirklich sein, dass du einfach gegen ein Team kommst. Meter gegen Meter kannst du nicht gewinnen, weil die einfach besser sind auf individuellen Positionen oder weil die einfach quasi als Team besser spielen und dann kannst du einfach sagen, okay, jetzt packen wir hier den Six aus oder einen AP-Kommar oder sonst was und du schießt die einfach richtig weg, machst vielleicht einen Laneswarp etc. und damit kannst du dann oft einen Game gewinnen und die aus der Fassung bringen und dann müssen die quasi sowas bannen und auf einmal hast du quasi den Vanish im Playoffs und dass du quasi halt auch Leute zwingen kannst, denen quasi dein Spiel aufzuzwingen und ich habe so das Gefühl, das Ziel bei Eintracht war das meistens so, dass wir dann quasi eher so den Struggle hatten, wir spielen nicht mal wirklich die Meter-Champs, wir spielen auch so meistens die Champs von der regulären Saison und dann habe ich so das Gefühl, dass die ja, dass die an Teams einfach so bessere Counter dazu schon hatten, also werden die quasi besser vorbereitet. Ja, hat Zanzara gestern ja auch im Interview angesprochen. Ich habe es noch gar nicht gehört, aber hat sich ja hat sich ja nochmal hingestellt, gesagt, jo, also er glaubt, dass die Season-Meta sehr viel besser zum Team gepasst hat, Champion-Wise, als jetzt die Playoff-Meta und natürlich ist es so, dass zum Beispiel, also gerade Top-Lane wurden ein paar Champs halt wieder hart gebufft, die jetzt Pride nicht beherrscht offensichtlich und das ändert natürlich auch die Meta vom Rest des Games und da war Unicorn einfach besser drauf. Ja, also ich glaube, also unser Ansatz, den wir hatten, also wir haben nach dem Spring-Split uns auch hingesetzt und gesagt, okay, wie wollen wir die Saison gestalten? Eigentlich war es so von der Auslastung her und da haben wir gesagt, okay, wir sagen halt, okay, wir müssen halt viel machen, dementsprechend haben wir uns halt einen Monat, praktisch vor Season Beginn, haben wir uns ja schon zusammengetan und haben gesagt, okay, wir trainieren schon viel, haben dementsprechend halt schon viel aufgearbeitet, was halt wichtig war für uns, wo wir halt auch einfach die Zeit gebraucht haben, was auch dann, ich sag mal, zu der Zeit hatten, war das halt eine stressige Zeit, weil, keine Ahnung, andere Leute haben Urlaub und wir haben halt gesagt, okay, wir arbeiten halt und wir trainieren und machen Sachen, einfach weil wir diesen Anspruch an uns haben, dass wir halt besser performen wollen und im Endeffekt war das eine erste Monat halt, glaube ich, eine anstrengende Zeit, aber wurde dementsprechend ja halt eigentlich belohnt mit, wir haben eine gute Saison gespielt, also wir waren eigentlich da halt dann sehr stark, also dementsprechend den Traitor, den wir da gemacht haben, der war schon in Ordnung, bloß ich ganz klar war, da noch innerhalb der Saison haben wir dann halt schon auch, ja eigentlich hat dann praktisch jetzt nicht die hohe Intensität gehabt wie am Anfang und da gibt es halt unterschiedliche Typen auch irgendwie so, also wenn wir jetzt irgendwie normalerweise, ich bin halt auch ein Fan davon auch irgendwie da irgendwie zwei Off-Days zu haben, einfach damit du irgendwie immer so einen Ausgleich hast, so wenn du halt zum Zara fragst, dann sagst du ja, zwei Off-Days, so da ist schon einer zu viel, so der wird den ganzen Tag zocken und wir halt competitive spielen und so, aber da hat jeder auch ein anderes Energielevel so und dann musst du halt das ganze Team halt irgendwo matchen und ja, ich denke halt so, wir haben, also bin mir nicht sicher, vielleicht haben wir da irgendwie innerhalb der Saison dann vielleicht doch zu viel gemacht, also wir haben ja immer einen hohen Anspruch an uns und dementsprechend immer die Erwartung ist halt, okay, wir müssen das Top-Team jetzt irgendwo so sein, natürlich, also du bist es nicht immer, du verlierst immer ein Game und das ist auch fein, aber du willst ja dann trotzdem immer wieder, okay, wir müssen jetzt wieder on top kommen, so du hast mal, so eine Woche hatten wir auch gehabt, dann verlierst du, ist fein, kriegst wieder so einen Reality-Check, musst halt wieder ein bisschen dran arbeiten, so, aber die Grundanstellung ist auch für den Spielern, die sagen so, hey, wir sind halt hier irgendwie, wir sollten halt das beste Team der Liga sein und so und dementsprechend, ja. Um kurz einzuwerfen, also ich, aus eurer Sicht, warte ich jetzt ja, jetzt, ich glaube, beide regulären Saisons wirklich top, erster, zweiter Platz und das ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen schwieriger als wenn du, ja, so um die Mitte spielst, würde ich sagen, weil wenn du um die Mitte spielst, lernst du, ich würde sagen, wenn du, desto schlechter du bist, desto mehr lernst du und desto schneller lernst du, einfach weil du quasi, du kriegst oft auf die Mütze, das heißt, du musst dich mehr verbessern, du musst quasi mehr, du willst, deine Fehler werden mehr abused und ich würde sagen, aus meiner Karriere habe ich meistens eher den Weg gehabt, wo ich quasi gerade so Playoffs erreiche, so fünfter, sechster Platz und dann ins Finale komme, einfach quasi, Marathon-mäßigen, wo du quasi verbessert dich von Woche zu Woche und dann in Playoffs musst du ready sein, verbessert dich da und ich hatte glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre, wo ich quasi in der regulären Saison richtig weit oben war, so auch erster, zweiter Platz und im einen der Splits haben wir auch in den Playoffs abgekackt, aber weil ich so das Gefühl hatte, dass wir nicht genug gefordert wurden in der regulären Saison, so dass wir dann quasi nicht uns genug verbessern konnten und wir quasi die anderen Teams wegstompfen, quasi die quasi immer challengen und immer zeigen, quasi hier, wir punishen das, wir punishen das, wir punishen das, die machen das nicht bei uns und dann, wenn du in den Playoffs bist, machen sie das und du bist nicht ready dafür. Also das ist so mein Vibe, ich weiß nicht, das ist so nur mein Gefühl. Ich kann glaube, also kann ich sehr gut nachvollziehen, ich glaube halt auch auf den ganzen Saisons, die wir so hinter uns oder die jetzt irgendwie so mit Teams hatte, würde ich auch genauso, also ähnlich beschreiben, aber da gibt es ja kein aktives Counterplay für. Also du sagst ja nicht, oh, jetzt verlieh ich halt mehr in der Saison damit ich mehr, also geht ja nicht, das heißt, da bist du einfach mega gut und du arbeitest halt viel und machst viel und sagst so, wir stoppen die halt weg und im besten Fall sollst du die dann einfach in den Playoffs auch wegstompen. Genau, du musst dann halt, finde ich, du musst dann halt super quasi diszipliniert spielen, dass du quasi sagst, hier, wir haben das Game gewonnen, aber das war nicht clean. Wir haben einfach gewonnen, weil wir besser individuell waren oder weil wir hier momentan, wir haben so viele Fehler gemacht in diesem Sieg, eigentlich sollten wir uns nicht darauf ausruhen, weil es zu einfach ist, zu sagen, hier, wir haben das gewonnen, easy, aber in jedem Win und in jedem Los kannst du halt viel lernen. Also ich glaube, so eine ähnliche Saison war zum Beispiel auch, ich glaube, das war 2017 Winter, oder zwei, weiß ich gar nicht, wo wir in Stuttgart gespielt haben, weiß ich nicht, ob wir 2017 Winter Winter war, da hatten wir auch die Saison gespielt gehabt und haben einfach, das war free, so das war einfach, wir haben glaube ich 17-1 oder so gespielt und es war einfach, also wir haben die einfach so shit stomped, die anderen Teams, es war einfach so, wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt halt nach Stuttgart und feiern da, ich habe schon Party und das vorbereitet. Also es war wirklich, wir haben die halt wirklich komplett lang gemacht, dann kommen wir da hin und unser Gegenderteam tauscht einfach zwei Spieler aus, weil die ja halt komplett Mental Boom wahrscheinlich waren, tauschen so zwei Spiele aus, da waren dann auf einmal, ich weiß nicht, war das SPG oder Mysterious Monkeys? Mysterious Monkeys haben wir gespielt. Ja, und die haben irgendwie Cardi im Jungle gehabt und noch irgendwen, also haben wir zwei auch Keyplayer irgendwie, was so Map Movement angeht und so, halt ausgetauscht, wie dann so, ja, keine Ahnung, was sollen wir machen? Also du konntest ja nicht mehr groß vorbereiten, weil du hast keine Competitive Daten gehabt und so, komm da hin, verlier im Halbfinale. Krass. Und stehe sie da und ich stehe so da und ich so, was ist das? So, also das war wirklich, war einfach nur scheiße, aber also, da war natürlich der Fakt auch nochmal, dass du das Gegnerteam nicht kanntest, so, war halt schon wild, aber ja, so du bist halt einfach, da, du bist von dich super überzeugt. Also ich hab ja auch, ich war Coach in dem Team und wir haben ja Sachen gemacht, die, die haben, wir haben in 18 Spielen haben wir eins verloren und das war aus Aureganz, muss man sagen und wir machen halt Sachen im Halbfinale, die für uns geklappt haben in 17 Spielen und auf einmal geht's nicht mehr. Also auf einmal klappt's nicht mehr und du hast halt natürlich auch keine Vorbereitungszeit dafür. Also es war einfach übel, weird, so zu verlieren, aber ich glaube, genau das Gleiche ist jetzt auch bei, oder ist es halt diese, es gibt halt genau das, was du auch beschrieben hast, man wird halt über diese Player Fronts, wenn es do or die ist, dann geben Spieler halt nochmal die letzten 5% und nicht, ist halt nicht jeder Spieler kann das auch. Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Spieler auch unter diesem Druck und unter diesem Playoffs quasi pressure, es gibt Spieler, die performen doppelt so gut und ich würde sagen, Spieler, die einfach unter dem Druck zerfallen. Die sind aber in der Regulance-Season sehr, sehr gut. Genau. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was in der letzten Saison passiert ist gegen Big. So wir halt einfach confident waren, wir wussten, hey, wir gewinnen und dann kommen wir an und kriegen auf den Sack. So, wo wir halt einfach halt praktisch, ja, eigentlich mit uns, mit dem, wie wir spielen, halt zufrieden sind und ja, also wirklich halt eine, ist dann wirklich halt eine Konstanz und Disziplinfrage wahrscheinlich, wie, dass man halt nicht, ja, also ich glaube man, also im Training glaube ich, in Scrims und so, kann es halt schon sein, dass man sagt so, hey yo, wir gewinnen ja oder, aber selbst wenn du in Scrims nicht, also wenn du in Off-Hidgets gewinnst und dann auch in Scrims alles gewinnst, das ist halt schwierig, glaube ich, wenn du immer alles gewinnst und denkst halt so, yo, also dann ist glaube ich halt auch sehr schnell so ein Gefühl davon, okay, wir brauchen ja gar nicht improve und so, weil wir machen ja alle lang oder so, also das ist natürlich unterbewusst vielleicht nicht immer aktiv, aber du willst natürlich halt gewinnen, du sagst ja nicht, oh, gucke aber jetzt mal was kommt, aber eigentlich, selbst wenn du competitive gewinnst und ein Trainingsspiel verlierst, ist ja eigentlich gut, weil dann lernst du daraus dann wieder, aber ja, wenn du dann irgendwie, eigentlich denkst du, bist du gut vorbereitet und dann gehst du da rein und dann bist du halt eben nicht, weil eben die Sachen, die eigentlich funktionieren für dich, auf einmal nicht funktionieren, ja, du stehst halt da, und ich glaube jetzt gerade, wie hoch war denn die Intensität über die Season hinweg? Also wir haben, wie gesagt, den ersten Monat halt so trainiert, da gab es halt, also da gab es zweimal die Woche, also wir hatten zwei Wochen, wo es einen Off-Day gab und zwei Wochen, wo es zwei Off-Days gab, da hatten wir aber auch zum Beispiel ein bisschen Media-Day-Shit noch so ein bisschen, also wir haben schon viel gespielt, weil wir haben auch keine Matches, also wir haben dann da keine Matches, das heißt, wir haben ja noch mehr Scrims, haben aber halt auch Content gemacht und so, also natürlich trotzdem, du hast ja trotzdem gearbeitet, so, also du hast jetzt nicht irgendwie Freizeit in dem Sinne gehabt, aber du musst jetzt nicht die ganze Zeit spielen oder haben mal so einen Dreierblock gemacht und haben dann mit danach eine Teamaktivität gemacht oder so und dann jetzt, innerhalb des Splits war es so, dass wir immer sechs Tageswochen haben, also es gibt halt einmal im Monat gab es zwei Off-Days und ansonsten halt immer sechs Tage die Woche, also immer von Sonntag bis, also Samstag war Off-Day, dann spielst du von Sonntag bis Freitag und dann nach den beiden Matches hast du Samstag auf und dann geht es auch Sonntag schon weiter, also es ist schon eine, Wie intensiv denn, ist ja auch eine Frage. Wir spielen halt meistens, also früher hat man ja immer so Fünferblocks gespielt, also man kommt halt hin, irgendwie so um zwölf und dann um 13 Uhr geht es los, spielt irgendwie dann fünf Games und dann, oder wird es nur, spielt fünf Games, dann wird meistens das Fünfte gecancelt, weil die Leute keinen Bock mehr haben und, oder weil die alle wegenden und dann ist vorbei. Was wir jetzt halt gemacht haben in dem Jahr ist, wir haben drei plus drei gespielt also heißt, wir spielen drei Games, dann ist eine Stunde Pause, dann wieder drei Games, was halt dazu führt, dass du halt eigentlich schon, drei Games ist halt viel kürzer, heißt du kannst halt drei Games sehr gut spielen. Genau, und dementsprechend ist aber die Intensität halt hoch, also die Leute kommen halt hier rein und sind halt bis 20 Uhr halt da, also die kommen vielleicht so und gehen um neun oder um zehn halt ins Gym und spielen nach Solo-Cue oder so vorher, haben irgendwelche One-on-One-Meetings, wie auch immer und gehen halt hier 19, 20 Uhr erst raus und ja, haben dann halt noch, die müssen ja vorher nachher noch Solo-Cue spielen irgendwie oder wollen so. Die müssen halt in der Woche, keine Ahnung, halt so 20, 30 Solo-Cue-Games halt spielen, so. Das heißt, zeitmäßig mit einem Off-Day, das ist ein Leben, ne? Also, oder auch, also, ist schon ein E-Sport-Leben, sehr intensiv. Genau, es ist halt sehr intensiv so und auf der anderen Seite, ich meine mal, jetzt haben die halt anderthalb Monate irgendwie Off-Season, so. Das heißt, die bekommen halt auch mehr als genug Freizeit dann wieder, aber normalerweise nimmst du das ja, ich sag mal, gerne in Kauf, wenn du dich selber mit belohnen kannst, wenn du einen Titel gewinnst oder YouMasters gut spielst, ich meine mal, dann hast du ja gerne die Zeit geopfert, weil du dann halt irgendwie geil dastehst und halt irgendwie dich freuen kannst an deinen Erfolg wenn du halt jetzt hier irgendwie Dritter wirst. Jeder Spieler will, spielt quasi und investiert all diese Zeit, um quasi in einem Stadion zu spielen vor tausenden von Leuten und quasi um diesen Pokal, um diesen Titel zu bekommen. So, und dann payt's halt auch auf und wenn du jetzt aber hier sagst, okay, du hast zweimal die Chance gehabt, zum Finale zu kommen, schaffst halt zweimal nicht. Ja, das so, keine Ahnung, also die Jungs waren gestern schon am Boden, so auf jeden Fall, also alle, also nicht nur die Spieler, auch Coaching-Stuff etc. So, bei mir ist es ja ähnlich so, aber ich meine, ich spiele jetzt nicht selber, dementsprechend kann ich da wahrscheinlich ein bisschen distanziert davon sein, aber wir machen halt sehr viel, machen uns viele Gedanken, versuchen halt, um die Beste da rauszuholen aus den Jungs und im Endeffekt ist es halt einfach jetzt ein scheiß Gefühl. Also, ja, also die haben ja selber auch noch mal ein paar Tweets abgesetzt und so, wo die auch ja dann relativ stündungslos darüber schreiben, wie sie sich gerade fühlen und ja, sieht man dann halt, da hat man doch in den Gesichtern gesehen, ein paar Tränen sind da geflossen und vielleicht gut noch mal eins zuhaken, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, lass doch mal Liebe für die Spieler da. Ja, das ist super wichtig in so Momenten. Das ist so, wenn jetzt Zuspruch kommt, so schnell wie möglich, seit dem Notarzt, seit dem Notarzt der Liebe, dann hilft es glaube ich sehr weiter, eine Person einfach aufzubauen, die gab jetzt E-Sportler oder so. Aber so der Tiefpunkt in der Karriere oder der Tiefpunkt in deinem als Spieler ist, wenn du viel arbeitest, mit der hohen Identität, wie Kevin ja beschrieben hat und dann am Ende einfach failst und dann auch noch, muss man sagen, doppelt bitter ist glaube ich, wenn du eine Sache, du erkennst Fehler in der Spring Season und im Summer läuft es 1 zu 1 genauso, dann ist es glaube ich einfach doppelt damaging. Ja, weil du meinst 1 zu 1 in dem Sinne, dass Playoffs wieder waren. Ja genau, also 1 zu 1 wieder super gut liegen. Regulierende Saison war gut und dann kommt die, also beziehungsweise Regulierende Saison war auch, die war ja 1 zu 1 genauso wie im Spring. Im Spring auch. Herbstmeister irgendwie gewesen, super gut gespielt und dann die letzten paar Wochen wurden dann wieder so ein bisschen geslackt und genau das gleiche ist ja passiert in diesem Split jetzt. Da wurde es auch quasi, man hat ja SK und Unicorns in den Arsch versohlt und dann wurde geslackt und dann geht es in die Playoffs rein und dann kriegt man da auf die Fresse und auch wieder in einer Art und Weise, wo es wirklich fast zu Null ist. Da sind einfach Parallelen zu erkennen und ich glaube, die machen den Spieler nochmal deutlich mehr fertig, weil du dann das Gefühl hast, du hast einfach ein Jahr gewastet, weil du dich nicht, konntest deine Fehler nicht erkennen. Du hattest quasi die Chance, die Zugriff zu verändern, aber hast es nicht getan. Ja genau. Wolltest du doch das strange sein, aber hast gechillt. Und das obwohl du Zeit investiert hast. Die haben ja trotzdem viel Zeit investiert. Du hast ja gesagt, die haben ja früher angefangen. Ich denke mir halt so, okay, wir haben halt zum Beispiel im Spring, der Spring war da, wir haben dieses Team gehabt, wir haben irgendwie Dreamhack gespielt, also noch Anfang letzten Jahres sozusagen die Dreamhack gespielt, einfach aus Fun, haben da schon gut synergiert, dachten, okay, das ist eine geile Truppe, kommen wir da im Spring an, spielen eine geile Saison, haben unser Plan A, wie wir halt diese Saison aufbauen wollen und verkacken dann und denken dann, okay, what the fuck und sagen dann, okay, wir müssen Sachen ändern und dann haben wir Sachen geändert, haben viele Punkte anders gemacht, haben halt so gesagt, wir sehen uns besser, das heißt, wir ballern halt diese Intensität halt sogar nochmal hoch und machen halt nochmal mehr. Dementsprechend haben wir schon anders gearbeitet, würde ich jetzt sagen, aber, ja, wenn halt das Ende Resultat hatte das Gleiche ist, dann muss man sich halt fragen, okay, vielleicht war das halt dann nicht, die Mehrintensität war halt dann anscheinend nicht, hat dann nicht geholfen, so, sondern man hätte dann noch was anders machen müssen, weiß ich nicht. also, klar, man kann jetzt auch auf der anderen Seite, würde man jetzt sagen, okay, hätten wir jetzt dann, warum machen wir weniger Intensität oder was? Was ist, ne, also, man muss ja an der Stelle ganz kurz noch sagen, für mich war zum Beispiel damals auch, wir haben bei ESG, wir haben angefangen, so Teams, erstmal, dass wir überhaupt mehr Zeit hatten zum Spielen und so, also erstmal haben die Leute in der Freizeit gespielt, dann haben die mehr gespielt, Fulltime und so, Gaminghaus geholt und es gab immer mehr Progress, immer mehr an den Coach und Analyst und es wird immer krasser, immer krasser und wir haben auch viel gewonnen und auf einmal kommt so ein Team, die trainieren nicht ein Game und denkst so, ja, dann machen wir nichts und auf einmal ist das 2018 und wir gewinnen halt alle Turniere und alle Titel und das Team trainiert halt nicht und ich denke mir so, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Macht gar keinen Sinn und das war für mich halt so ein, klar war es eine andere Zeit, aber damals halt auch, da haben wir auch gegen Kidui und Co. gespielt und SK hatte damals auch einen geilen Staff und die hatten auch gute Spieler und so, waren schlaue Spieler und talentierte Spieler und wir haben die halt einfach lange gemacht mit einem Team, was nicht trainiert hat, das ist für mich heute noch komplett unverständlich, also wir haben halt gewonnen, weil wir halt super smart waren und weil die Gegner halt einfach unsere Fehler nicht panischen konnten, weil die halt nicht, die Skills halt anscheinend hatten uns da besser zu lesen, aber dass das halt möglich war, war halt insane und ich glaube heutzutage ist das jetzt nicht mehr so möglich, war vielleicht halt in einem anderen Maße möglich, du kannst wahrscheinlich sehr eigen sein und dadurch halt super erfolgreich bei anderen Leuten damit nicht umgehen können. Also in den beiden, meinen beiden erfolgreichsten Teams, wahrscheinlich Misfits und FlyQuest, würde ich sagen, dass das so gut geklappt hat, weil wir zum einen alle gut befreundet waren, also wirklich wir waren quasi fünf Leute, die einfach super gut miteinander klarkamen und jetzt nicht gechillt haben, aber wir haben super viel miteinander gemacht, wir haben nicht nur League gezockt, wir haben wirklich, quasi wir haben, wir sind aufgewacht, wir hatten auch beides jeweils ein Gaming House, ich finde da ist man noch ein bisschen näher, also diese Diskussion gibt es ja immer wieder, Gaming House oder Apartments, jeder Spieler sieht es anders, auch die Orks sehen es anders, für mich war das immer, ich finde Gaming House ist ein bisschen besser, einfach weil die Spieler quasi näher aneinander sind und quasi 24-7 quasi miteinander reden können, miteinander quasi Probleme ausarbeiten können oder auch einfach chillen können miteinander und in den beiden Teams war das so, dass wir wir wachen auf, essen zusammen, scrimmen den ganzen Tag und dann abends zocken wir ein bisschen Solo-Cue, aber wir zocken auch andere Games, wir zocken alles Mögliche zusammen, wir schauen Serie zusammen, wir zocken zusammen, irgendwelche Fun-Games und man bondet so krass zusammen, dass man in einem Game, wenn es irgendwie scheiße läuft, irgendwie hat einen schlechten Tag, dass die anderen dich so gut aufbauen können, dass du es Turnarounden kannst, also quasi steh vor, du machst auf, bist nicht so fit, oder nicht so gut drauf und dein bester Freund ist da, dein bester Buddy und der baut dich auf und auf einmal hast du wieder 100% Energy und das kannst du halt auch im Game haben, sodass dann jemand quasi sagt, ey, Brugge stirbt im Game und ich sage, hier Junge, du bist zehnmal besser als der Junge, jetzt mach einfach wieder, geh die Lane, ich geh in deine Lane, wir killen den kurz und dann killen wir den auch noch und dann ist Brugge wieder, Junge, ich mach den jetzt nass, das ist so die Attitude-mäßig und ich glaube, dass dieses Bonden super wichtig ist und heutzutage sogar noch krasser ist als früher und ich finde, früher konntest du noch härter dieses 1b9 machen, also früher fand ich, konnte auch immer einfach ein Champ, eine Rolle so, ja, ich kill jetzt mal drei, vier Leute alleine. Gut, hat Rumble gestern auch gemacht, Das stimmt, das habe ich auch lange nicht gesehen, muss ich sagen, gibt es so 1b2, 1b3, ist nicht mehr so oft, würde ich sagen, also heutzutage ist wirklich mehr dieses Teamfighting und jeder muss ein Point sein, quasi ein Engage und du bist quasi wie eine Waffe, jeder rennt rein, jeder weiß genau, was zu tun ist in dieser Millisekunde und der Teamfighter ist gewiped. Aber es gibt natürlich auch, also wenn es halt positiv läuft und die Charaktere gut zusammenpassen, geht es, wir hatten ja auch schon, also ich hatte auch schon ein Team aus Erfahrung, da kommen die Leute dann runter und sagen so, boah, jetzt ist der da schon wieder da, gar kein Bock und so. Also im Gaming-Haus? Ja, im Gaming-Haus. Ja, genau, es ist immer ein bisschen RNG, hat auch mit dem Alter zum Beispiel zu tun, es gibt, also Spielerpräferenzen sowieso, aber jüngere Spieler tendieren eher zu Gaming-Häusern, weil Mama ist jetzt nicht nah, aber der Kevin vielleicht, und ich glaube so, wir haben ja auch ein ziemlich erfahrenes Roster mit Smiley, Special und Pride, die ja ewig lang dabei sind. Ja, die Menschen, die würden im Gaming-Haus, ich glaube, das wäre irgendwie, ich glaube, ich würde es glaube ich nicht so fühlen bei denen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich schätze dir so ein, das ist jetzt die Lösung, die wir jetzt haben, die die beste ist für diese Spieler. Ja, aber es gibt halt diese Fakten, die du halt meintest oder diese Punkte, die man da mit reingehen kann. Dieses Miteinander, also ich sage mal so, wir machen ja auch Sachen zusammen, aber klar, wir haben glaube ich als Team weniger zusammen gemacht, als jetzt vielleicht damals im ESG-Haus so, dann grillst du noch abends zusammen oder guckst einen Film und so und das machen das, wir haben halt noch nie einen Film zusammen geguckt jetzt mit Eintracht Spannung. Das ist das Problem, also ich verstehe, was ihr meint mit, oh ja, ich glaube, die spiele vielleicht nicht so gut im Gaming-Haus, aber quasi, um noch mal kurz darauf einzugehen, zum Beispiel jetzt, ich hatte auch Apartments und Gaming-Haus, ich hatte quasi beides, würde ich sagen, 50 Prozent meiner Karriere und ich hatte zum Beispiel ein, zwei Teams, da hatten wir Apartment Gaming-Häuser, äh, Apartment und Office und da war das so, dass wir, wir haben Scrims und die Scrims werden Banner, wir zocken noch ein paar Solo-Cue und jeder geht nach Hause und es war so wirklich so, jeder war super distanziert und es war eher so, ich gehe zu Arbeit und zu meinen Mitarbeitern und nicht meine Teammates und deswegen war es dann sau schwierig, den Leuten Feedback zu geben oder quasi zu sagen, ey, der hat einen schlechten Tag, der ist schlecht drauf, wie kann ich den jetzt wirklich aufbauen, weißt du, wie geht das, also ich kenne ihn nicht gut genug, wir machen zu wenig außerhalb vom Spiel, für mich zu wissen, was genau braucht jetzt der Kevin, muss ich dem sagen, muss ich jetzt hier der Clown sein für ihn oder muss ich ihm sagen, du spielst scheiße jetzt schräg nicht an oder muss ich ihn quasi motivieren und das ist dann so ein bisschen schwierig, wenn du halt dann nicht dieses, ich glaube, du musst einfach, ich glaube, dieses Apartment-Office geht gut, aber da muss auch quasi, die Spieler müssen halt sagen, okay, wir machen auch noch abends was zusammen oder quasi die Org muss versuchen, so ein bisschen das quasi so zu verbinden, also quasi so ein bisschen zu erzwingen, vielleicht sogar. Obwohl ich jetzt zum Beispiel jetzt bei uns sagen würde, so Teamgefüge ist, glaube ich, sehr gut, so wie wir miteinander spielen, so alle haben Bock miteinander zu spielen, es gibt ja auch oft genug so, wo du, keine Ahnung, hast du irgendwie eine Season und sagst so, boah, ich kann einfach mit dem, Tilt nicht umgehen oder irgendwie sowas und das hat eigentlich gut funktioniert, aber ich sehe auch den Punkt, dass man bestimmt hätte, noch mehr gebondet sein können, aber ich weiß halt nicht, ob das, also wie sehr man das halt forcieren kann in so einem Office-Apartment-Lösung und wie gesagt, ich glaube halt zum Beispiel, es kann halt auch in einem Gaming-House halt, wie gesagt, halt auch eben nicht funktionieren, wenn du halt zusammen bist und dann gehen die Leute sich auf den Sack und dann müssen sie sich noch sehen, so ungefähr und dann hast du nicht einen Rückzugsort ungefähr, außer halt, also, weiß nicht, wir hatten auch mal so eine Zeit, da mussten wir dann zwei Spiele halt nur auch teilen, halt die ganze Season, und das ist schlimm, also das hatte ich auch einmal und ich würde sagen, die Spiele, also Gaming aus, wo man sich die Zimmer teilen muss, also das geht glaube ich gar nicht, also man sollte mindestens, das ist schon nicht mal ein wirklicher Rückzugsort, aber man braucht mindestens ein Zimmer, wo du vielleicht sagst, okay, ich kann jetzt hier mich in Embryo-Stellung mit meinem Küssen kuscheln, wie Brogy es vorhin gesagt hat. Ich überlege, ob wir, weiß nicht, habt ihr zu der Thematik noch was zu sagen, müssen wir vielleicht nochmal in den nächsten Punkt reingehen oder wollen wir den skippen, lieber? Ne, wir gehen mal in den nächsten rein. Und zwar, Prime League und Zuschauerschaft, da gab es jetzt vor kurzem, vielleicht möchtest du mich da ein bisschen mehr erleuchten, weil ich kenne da nicht alle Sachen, aber da gab es von Kani einen Tweet, der gesagt hat, hey, 4K-Viewer, was ist denn da los bei der Prime League? Ist ja ziemlich traurig. Sag du nochmal die Situation, wie die da so ist. Nein, es gibt ja seit längerem schon immer, dass gesagt wird, dass der offizielle Broadcast der Prime League nicht so beliebt ist, auch in der breiten Masse und da werden immer viele Gründe vorgeschoben. Jetzt hat Kani, Mit-Owner von NNO, mein Supporter aktuell, einen Tweet gemacht, wo er einen Streamshot gepostet hat, wo, glaube ich, wirklich nur 4K-Zuschauer dabei waren beim Spiel gegen SK? War es das? Es war auf jeden Fall kein kleines Spiel, es war auf jeden Fall ein Playoff-Match und so viel gesagt hat, wie, was die These war, einfach nur, Prime League is dying. Er wollte einfach nur, dass das halt schade ist wahrscheinlich. Ja, richtig. Und da ist dann natürlich vieles entstanden, zum Beispiel hat Johnny drunter gepostet, dass man sich nicht wundern braucht, wenn alle League-Streamer einfach immer drüber streamen, alle Influencer drüber streamen, dass am Ende natürlich für die Prime League nichts weiter dabei rumkommt, mit dem Hintergrundgedanken, dass wir ja als Influencer sehr von einer offiziellen Liga, die uns ein bisschen Status gegeben hat, profitiert haben in der Vergangenheit. Ja, verstehe. Also wir nehmen quasi etwas, wir profitieren uns über eine Liga, über die deutsche Liga und streamen dann aber rigoros drüber und nehmen damit auch die Chance, vielleicht das Gleiche zu erreichen wie wir. Das ist so der Gedanke, den Johnny dabei hat. Also ich spreche jetzt einfach mal für ihn. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Und da gab es halt viel Aufruhr auch um den Post herum. Ich kann noch weitererzählen, weil es gibt noch die These. Okay, dann warte ich weiter. Ich mach mich noch mal weiter, dann haben wir die Infos. Es gab dann einen Post von Kernus, dem Caster von der Prime League zum Beispiel, der sich dann mal gewehrt hat gegen diese Vorwürfe, die man in vielen Twitch-Chats liest, dass zum Beispiel die Caster einfach langweilig sind, schlecht sind, keine Ahnung vom Spiel haben und so weiter und so fort. Also immer sehr destruktive Kommentare, nicht konstruktiv, kein Feedback geben und Kernus hat sich quasi so positioniert, dass er gesagt hat, gebt mir doch einfach Feedback, was wir besser machen sollen, anstatt zu sagen, dass wir scheiße sind, bla bla bla. Und da ist jetzt mein Punkt, es ist natürlich absolut unfair, wenn Zuschauer das machen, die Caster zu kritisieren und dann sagen, ihr habt keine Persönlichkeit, ist ja absolut disrespectful. Geht aber, also der Ursprung dessen ist, dass diese Fankultur halt sich sehr auf diese Influencer, die wir haben, beschränkt. Also jemand, der Maxim Johnny feiert und die Cast von damals, der wird heute sagen oder kann heute leicht sagen, ja, Alainio und Kernus machen mich, also finde ich halt heute nicht geil, aber wenn du die Positionen tauschen würdest, du hättest mit Alainio und Kernus damals angefangen und heute würdest du Johnny und Maxim hinstellen, dann würdest du gleich die Leute genauso über Johnny und Maxim sagen. Ich glaube, es ist einfach eine, die sind damit aufgewachsen, die sind damit aufgewachsen, die haben jetzt halt ihre Idole, ihre Fans, beziehungsweise ihre Idole am Start, die wollen von denen Content konsumieren und jetzt sind halt neue Leute rangekommen, weil natürlich auch Step by Step alle Influencer den Broadcast gelieft haben in Pursuit auf ihrer eigenen Karriere und dadurch entsteht natürlich auch, also wenn du etwas charakterschwächer bist und es nicht reflektieren kannst, dann gehst du hin und sagst, Kianus ist scheiße und ich will Maxim zurück. Ich überlege gerade so, es sind ja Kommentatoren, die man dann halt sieht und hört, also gibt ja dann auch noch einen Unterschied zwischen den Castern und den On-Air-Talents, die jetzt irgendwie Analyse machen oder Host oder so. Ich überlege gerade so im Fußball, da haben natürlich auch schon Leute, da gibt es schon seit 20 Jahren ungefähr so den gleichen Kommentator, da gibt es auch Leute, die sagen, boah, den kann ich nicht hören, da mach ich dann aus, so ungefähr oder mach ich dann halt Ton aus oder was auch immer. Also ich glaube, je nachdem, was man halt so mag, also es ist ja auch einfach ein Geschmacksthema so, aber ich sag mal, die Inhalte, die jetzt da rübergebracht werden in der Prime League, das passiert ja auch heute so wie früher. Natürlich, ich stehe, also ich bleibe auch bei dem Statement, dass wenn du die Positionen tauschen würdest, dass heute es genauso klingen würde, nur anti-Johnny Maxim. Also ich glaube auch noch, dass ein anderer Punkt jetzt von euren ist, dass es früher auch keine Co-Casts gab. Also das muss man auch sagen, dass quasi jetzt, das war ja auch jetzt ein Thema in der NA-LCS, dass die Viewership, die geht schon stetig jetzt runter, aber dann kamen diese Co-Casts, die waren erst mal an sich ein Boost, aber dann jetzt geht es erst mal runter, weil quasi die Viewer schauen jetzt zum Beispiel den Co-Cast, also jetzt ein Influencer, jetzt nicht jetzt, ich würde sagen, ein Teil spannender, ist nochmal ein anderes Thema. Doublelift zum Beispiel. Genau, Doublelift, die schauen jetzt quasi Doublelift und die schauen I Will Dominate oder so und die casten das Game als Co-Cast, als Influencer. Aber die casten einfach so drüber, die gucken sich einfach den ganzen Arm an. Die haben den Clean-Feed und die quasi casten einfach, streamen quasi drüber und schauen das und labern drüber etc. Jetzt ist das Ding, stehe vor von der NA-LCS, davon springen fünf, zehn Prozent der Viewer ab und schauen sich lieber den Cast an. Jetzt kommt aber nächste Woche Co-Castet das gar nicht, sondern streamt lieber und die sagen sich, ich fand den Typen super amüsant, der war cool, jetzt schaue ich lieber dem seinen Stream als NA-LCS und deswegen wird das so ein bisschen quasi einverleibt und ich glaube, dass, also jetzt hier bei Prime League ist es glaube ich nur Teams dürfen das Co-Casten momentan richtig. Bei uns in der Liga, ja. Also jetzt momentan ist das noch nicht so ein großes Problem, aber man darf natürlich nicht vergessen, okay, jetzt die Viewer, die jetzt beeintracht sind, die sind jetzt nicht bei Prime League, aber das sind ja trotzdem quasi Prime League Viewer. Oder? Oder würden die das anders sehen? Also bei uns ist es ja so, weil wir ja jetzt ja nicht auch noch live gehen und dann jeden Tag noch streamen und so, also bei uns ist es ja auch, wir sind ja auch, klar, jetzt ist es für ein Game. Ihr beide seid ja zum Beispiel jetzt viel halt da, so, aber trotzdem habt ihr beide eure eigenen Kanäle zum Beispiel. Also das ist ja, das ist ein Unterschied. Bei Doublelift zum Beispiel, das heißt, der könnte ja genauso gut auch Final Fantasy dann streamen oder was auch immer und dann gucken wir da einfach, die gleichen Leute gucken dann das auch so ungefähr. Ja, also, ich möchte mich, darf ich mich positionieren zur ganzen Thematik? Einmal ganz kurz, weil ich habe jetzt die ganze Thematik aufgemacht. Ja, bitte. Ich würde, ich habe jetzt Viewer-Bashing betrieben gerade. Also ich wollte kein Viewer-Bashing betreiben. Du kannst natürlich den Geschmack haben, den kannst du für dich selbst behalten und dann guckst du halt nicht zu, finde ich persönlich. Was du nicht tun kannst, ist sagen, die Kasten sind schlecht, dumm oder haben keine Persönlichkeit. Das finde ich absolut disrespektvoll. Das sind Menschen, die arbeiten genauso wie wir in dem Business und da ist auch keine, keine, kein Feedback und keine Kritik, mit der sie was anfangen können. Was sollen sie machen? Sehe ich eins zu eins auch so und wenn du halt wirklich den Kasten nicht gut findest, dann sag halt, was du dir wünschen würdest. Konstruktives Feedback ist die Liga sowieso. Kann einfach hinschicken, den Kasten schicken. Du kannst, du hast alle Tools, alle Möglichkeiten. Ist immer ein offenes, ein offenes Ding. Kannst immer sagen, was du lieber hättest. Die wollen ja auch Feedback haben. Die fragen ja sogar aktiv, nach Feedback. Das heißt, da ist für mich eine Grenze reicht. Aber, und da muss ich teilweise den Schutz nehmen, ich glaube, das ist vielleicht ein größeres Thema, können wir vielleicht auch nochmal anschneiden. Ich glaube, dass professionelle E-Sport-Ligen abseits der LEC vielleicht gar keine Zukunft haben. Ich glaube tatsächlich, das ist ein großer Thema. Das ist ein großer Thema. Lass mich mal über rumpeln, du. Aber ich glaube, dann musst du schnell einen neuen Job suchen. Ich glaube, dieses Influencer-Dasein über einen Influencer quasi League of Legends wahrnehmen, aufnehmen, Solo-Cue gucken, deren Solo-Cue-Games gucken, ist viel persönlicher und viel mehr, die können sich damit viel mehr identifizieren, die Zuschauer, als einem Profiteam zuschauen und damit interagieren. Ich glaube, die Art und Weise, wie man guckt vielleicht, aber die Liga ja trotzdem selbst, also ich glaube, es muss ja trotzdem irgendwo eine offizielle Anlaufstelle geben, ansonsten ist es ja sehr unstrukturiert und dann kannst du ja gar nicht mehr verfolgen, wo was ist. Also ich würde es auch sagen, aber ich glaube, dieses Chaos als Zuschauer ist vielleicht auch einfach okay. Ich würde sagen, dazu, dass es wirklich darauf ankommt, wie die Liga das gestaltet. Weil LEC und E-Rail-CS früher, da waren die Spiele einfach viel persönlicher. Also jetzt würde ich sagen N-E-Rail-CS, denn als Spieler nach einem LEC-Game hattest du quasi ein Stage-Interview, du hattest noch eine Analyse-Ecke danach, das heißt, die Spieler sind ja vor Ort. Genau, die sind ja vor Ort, die sind ja quasi live in diesem Mini-Stadion, quasi so 500 Viewer. Das heißt, du hast quasi On-Stage-Interview fünf Minuten, danach eventuell nochmal quasi auf diesem Analyst-Desk nochmal zehn Minuten, das heißt, die Fans kriegen quasi zum einen die Emotionen vom Spieler direkt nach dem Match plus nochmal eine Analyse von ihm, zehn Minuten. Das heißt, die haben quasi diese persönliche quasi Schiene. Und dann gab es auch noch viele so Segmente wie Player-Spotlight. Es gab es früher viel öfter, wo quasi die Spieler, die quasi Ride-Games, geht mit einem riesigen Kamerateam, gibt die Background-Story, wer bist du, was machst du quasi und geben quasi diesem Spieler quasi auch halt einen Background, so dass du als Viewer genau weißt, wen schaue ich da, mag ich den, kann ich mich mit dem identifizieren oder nicht und ich finde heutzutage, also zum Beispiel in der NLCS oder früher, also quasi jetzt seit längerem ist es eher so, dass weniger Stage-Interviews, weniger Analyst-Desk-Time aber sitzen die auch dann noch nach dem Spiel manchmal so und haben dann irgendwie so ein After-Talk-Ding und so. In der Prime League nicht, in der LEC schon. Ja, also in der LEC schon, in der LCS sehr wenig, also oder halt auch einfach nicht wahrscheinlich so, was die Fans auch wollen. Also das ist so, vielleicht nicht mehr so, ich will sagen, jetzt nicht mehr so gut gemacht wie früher und nicht mehr so persönlich und deswegen würde ich sagen, dass halt dieses Persönliche von Influencern einfach besser ankommt als momentan dieses Persönliche von Pro-Teams und zudem würde ich auch noch sagen, ist ein Unterschied, ich würde sagen, Pro-Player früher haben glaube ich auch mehr Social-Media betrieben und auch mehr gestreamt und mehr quasi auch Zeit mit den Fans quasi mehr Interaktion gehabt. Weil die mehr Zeit hatten. Genau, weil heutzutage, wenn ich jetzt ein Pro-Player bin, jetzt bei TSM war ich Pro-Player und gehe da um 9 Uhr ins Office und komme um 10 Uhr abends, 11 Uhr abends nach Hause, da habe ich keinen Bock noch zwei Stunden zu streamen. Da habe ich die Energie nicht mehr. Wenn ich aber jetzt das Jahr davor bei Flycross gespielt habe, wo ich dann nach Hause komme um 9 oder so, sage ich mir, okay, jetzt streame ich noch zwei, drei Stunden. Die Energie habe ich auch noch und mache das. Und ich glaube, früher hattest du noch mehr Zeit als Pro-Player und noch mehr quasi diesen Luxus, weil es nicht so krass war mit zwei Coaches, Physiotherapeut, genau Diät, etc., Gym. Deswegen, du hast einfach weniger diese persönliche Schiene momentan und ich glaube, die LEC macht auch momentan noch einen sehr, sehr guten Job dafür, dass die quasi diese Spiele halt präsentieren und zeigen und diese Storylines. Und Plymouth vielleicht nicht. Aber, was halt generell von Cliffhanger beim Podcast, finde ich ultra geil. Ich habe, also ich habe noch zwei Sachen. Oder was würdest du für eine Cliffhanger hier machen? Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, nochmal eher beleuchten sollten. Ich würde nämlich auch Kani gerne noch, sehr gerne. Vielleicht nochmal Kani mal hierher holen. Ey, wird auch übel gut passen. Sollten wir vielleicht, vielleicht ist er da anrichtbar. Vielleicht Kani und jemand von der Prime League. Das wäre geil. Übel gut. Aber, ganz zum Schluss hier, also wir brechen hier ein bisschen ab, also hört aber beim nächsten Mal gerne wieder zu, folgt uns immer. Wir haben ja noch unsere letzte Runde. Unser letzte Runde-Format. Das heißt, wir haben hier eine Schätzfrage, die wir stellen. Und, ich habe hier mal, warte mal, muss ich hier so Zettel ausgeben? Weil letztes Mal war das ein bisschen doof, dass dann irgendwie einer... Warum ziehen wir das nicht einfach runter? Was? Wir zählen runter, sagen dann gleichzeitig... All auf drei, all auf drei. So, das ist die Schätzfrage. Ihr kennt meine Antwort schon. Das ist so schwer, weil ich so oft im Cast war, wo ich nicht genau schauen kann, was die... Ich glaube, ich bin einfach gemein. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin einfach gemein. Am besten ist, du schreibst das so, dass die Leute nicht... Also, im Podcast kann man es ja eh nicht sehen, aber man kann es als im Video natürlich auch nicht sehen, aber ich sehe jetzt, was du da... Na, ich habe meine Zeit ja eh schon aufgeschrieben. Ja. Ich bin immer gespannt, wer hier am ehesten... Ich bin gespannt, was ihr aufgeschrieben habt. Ich bin mir unsicher. Also wünschenswert. Inklusive Co-Streams? Warum denn inklusive Co-Streams? Nee. Ohne Co-Streams. Ohne Co-Streams, habe ich jetzt auch gedacht. Ja, inklusive Co-Streams ist ja ganz... Wir reden jetzt über die Prime League, oder nicht? Was ist das jetzt hier? Prime League-Only. Die Regie und Redakteure, ihr seid ja komplett am Smoken, oder was? Was ist das denn für eine... Ich will über die Prime League reden, dann guckt das jetzt nach. So, was ist jetzt die... Also, wir haben ja erstmal genau... Also, ich fange mal an. Ich habe 6.234. Warum? 6.234? Ist das deine Pin, oder? Ist das meine Pin, ja. Ich habe 5.500. Okay, krass. Ich habe viel, viel wenig. Ich habe 4.000. Okay, krass. Du hast gar keinen Bock mehr. Du hast gar keinen Bock mehr auf Prime League. Also, ich dachte einfach, weil die reguläre Saison, das ist ja meistens weniger als Playoffs, und ich glaube, dass Playoffs nicht so krass da quasi rein, dass es sich ändert, aber ihr schaut länger und öfter, deswegen habe ich jetzt ein bisschen da, als dass ich die Riege fliegen würde. Bevor die Auflösung kriegen, ich würde gerne die Themenblöcke fürs nächste Mal vorgeben und auch der Regie das Messer in den Rücken stechen. Ja, mach das doch mal. Aber auch den, also nochmal hier, bitte auf, wo auch immer, diese ganzen Kanäle, wo wir sind, ihr könnt da Kommentare hinterlassen, unsere Redaktion schaut dann nach und nimmt die ganzen Sachen mit rein. Übrigens, genau, von wem kam die Frage? Von KingJürgen030. Danke King Jürgen. Danke King Jürgen. Dementsprechend, haut eure Schätzfrage rein am Ende und haut Themenblöcke rein, so wie Brück jetzt. Ich habe nämlich folgende Themenblöcke. Erstmal, also Regie kann gerne noch was dazu sagen, später, vielleicht kriege ich da gleich noch Kritik für, mir egal. Ich möchte gerne Kanäle das Messer in den Rücken stecken, 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 beides, ist ja auch egal, zu der Aussage mit der Prime League, also da können wir nochmal länger drüber diskutieren, finde ich, weil das sind super interessante Ansätze mit dem Persönlichen und so, aber da würde ich noch gerne weitermachen. Und dann noch die Franchise League. Franchise, ja. Auch da würde ich gerne nochmal einmal abrenten, weil ich finde, da kann man nicht genug drüber renten. Ich verstehe das Franchise-System und wir können es nochmal erklären auch für die Zuhörer. Ja, können wir dann machen. Aber ich möchte auch kritisieren. Ja, ist in Ordnung. Ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, ob jetzt da im Hintergrund da ist, da geht gar nichts, Leute. Was seid ihr denn für ein Lappenverein da drüben? So, ich gucke jetzt mal rein hier, was die Antwort ist. Oh, shit. Per Average Rear 9.375. Ja. Ist aber natürlich inklusive Co-Streams. Und da haben wir zwei große. Toll, okay. Das heißt, das ist aber nicht true. Ist halt, also da haben wir zwei große Co-Streams. Ist das natürlich, ja. Also ihr seid halt Das sind Fake News? Das sind Fake News. Meine 4.000 sind immer noch true. Also die Frage wurde von King Jürgen gestellt. Wie viele Zuschauer hat die Prime League und dann hat einfach die, naja, Leute. Ich sag mal so, es ist wie mit unserem Team, es ist ein Learning, beim nächsten Mal macht man es besser. ähm, ich würde einfach sagen, äh, wir haben alle, äh, ich würde, was schätzt ihr denn jetzt, wenn ihr sagt, okay, wie viel denkt ihr, du in die Co-Cast? Du kannst doch, was ist denn hier, äh, Daniel, du kannst doch jetzt online mal nachgucken, äh, wie du kannst nicht, natürlich, da gibt's eine Seite, eSports-Charts heißt die, da guckst du, wie viele Everture die haben. Hä? Da sind die Co-Castries, haben die auch alle gesoffen, oder was? Mann, ey. Mein Gott, ey, ist doch scheiße. Gut, dann wären wir halt hier wohl nicht mehr schlau. Was ne Bullshit. Und jetzt bin ich jetzt verlassig diese Sendung, ich dachte, ich hatte eigentlich eine gute Zeit, jetzt verlassig diese, 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 diese Aufnahmen mit dem gleichen Moodstate, wie ich ja gekommen bin, wütend und sauer und traurig. Und traurig. Und, ähm, ich hoffe, dass es für euch Leute da draußen, ähm, nicht so schlimm ist, dass ihr eine schöne Zeit hier hattet. Lasst uns gerne auch Feedback da, ne? Ähm, wir sind für jedes Feedback gerne zu haben. Genau. Ihr könnt auch sagen, wir haben keine Persönlichkeit, äh, keine Inhalte und keine Ahnung. Ich bin nur der Gast hier, also ich kann ruhig die anderen flamen, Real Talk mäßig, in die Kommentare. Flamen die richtig weg, macht das gerne. Ja, alles klar. Also, tschüss Okoski, wir wünschen euch eine, wir wünschen euch eine schöne Woche, ähm, bleibt sportlich. Äh, tschüss. Macht's gut. Ciao. 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 Wo die Haffel kreuzt die Spree. von Berlin aus, JPD, wo die Zitat der Leroy, wo die Eintrag uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben wir. wir lieben wir. Wo die Eintrag uns lockt, die Eintrag uns lockt. Wo die Eintrag uns lockt, wo die Eintrag uns lockt. N commission, von Berlin aus,